Wenn man sich anschaut, wie viele Reaktoren es gibt, ja, um sich sicher und wohl zu fühlen, gibt es zu viele, aber für einen erheblichen Anteil am Energieaufkommen gibt es eigentlich viel zu wenig. Man müsste viel mehr bauen, weil man das machen würde, was die Atomfreunde behaupten, wenn man CO2 substituieren will. Aber das geht deswegen nicht, weil durch die Vorleistungen wieder eine Menge fossile Brennstoffe verbrannt werden, um das Uran anzureichern. Also es stimmt hinten und vorne nicht. Je früher wir uns von dieser Technik verabschieden, umso besser. Und das versuchen wir ja seit Jahrzehnten in vielfältiger Form zu begründen und zu argumentieren. Desert Tech ist ja einer dieser Alternativen. Ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben, man möchte also in Nordafrika vor allem in der Wüste riesige Solaranlagen bauen. Teilweise also Parabolspiegel, die da auf Stirling-Motoren gerichtet sind und die also, also man rechnet das so aus, zahlenspielenmäßig. Eine Fläche, Wüste von Luxemburg mit einer derartigen Anlage könnte ganz Deutschland mit Strom versorgen, wenn man dann das Problem des Transports lösen könnte. Glauben Sie, dass diese riesigen Solaranlagen in Wüstengebieten, die dann lustigerweise wieder in den selben Ländern zugutekommen würden, die jetzt für das Erdteil sorgen oder vielen dieser Länder, aber glauben Sie, dass das zum Beispiel ein Weg ist in die Zukunft, um diese enormen Strommengen, die wir natürlich brauchen und immer mehr brauchen werden, zu erzeugen? Ja, kann ich auch verschiedenes dazu sagen. Diese Idee ist ja nicht neu. Ich habe Sie einmal, das war glaube ich 1973, in einem Seminar von mir gegeben, als der deutsche Forschungsminister, damals Matthöfer, auch dabei war, ein Atomfreak. Und ich habe damals gesagt, Herr Minister Matthöfer, in Österreich haben wir Wasserkraftwerke, die mit deutscher Finanzierung in Tirol gebaut worden sind und heute liefern sie noch zu niedrigen Preisen Strom nach Deutschland. Glauben Sie nicht, dass es sinnvoll wäre, in die Erdöl-Liefernden Länder Solaranlagen zu bauen und diesen Ländern, die sollen sozusagen die Erdöl-Dollars nicht in Waffen anlegen, sondern in Solaranlagen? Das wäre einerseits für die Friedenssicherung gut und dann sind diese Ökonomien auf Energieexport jetzt ausgerichtet und das könnten Sie dann auf Solarangebiet weitermachen. Also durchaus eine Idee, wie Sie es jetzt äußern, habe ich im Jahr 73, das ist ja welchen her, dem deutschen Forschungsminister nahe bringen wollen. Und er hat gesagt, ja, das ist in der Tat eine gute Idee, aber mit diesen Leuten kann man so schwer verhandeln, hat er gesagt. Damit war es weg. Aber abgesehen davon, es ist eine naheliegende Idee, aber ich halte es nicht für eine Lösung. Weil meine Vision von einer menschenfreundlichen Zukunft und lebensfreundlichen Zukunft schaut ein bisschen anders aus. Nämlich wirklich dezentral. Und da gibt es heute eine ganze Menge interessante Aspekte, wenn man zum Beispiel Biogas produziert. Aus dem Biogas muss man das Kohlendioxid abtrennen. Und da könnte man, da gibt es jetzt wieder moderne Verfahren, die zum Teil erst in Entwicklung sind, aber schon, glaube ich, teilweise funktionieren. Kann man zum Beispiel mit Photovoltaik, kann man Wasserstoff, also Wasser hydrolysieren, elektrolysieren. Und den Wasserstoff kann ich dann verwenden in einer Reaktion mit dem CO2, das ich wieder Methan herstelle. Das heißt, ich kann die Sonnenenergie, kann ich in Form von Wasserstoff speichern und kann dann aus kleineren Biogasanlagen hochwertiges, reines Methan in ein Methannetz, also in ein Erdgasnetz einspeisen. Also es gibt, meine Zukunftsvision, wie ich sie mir wünsche, ist kleinräumig. Da gibt es eben das, was sich in manchen Gemeinden heute schon bewährt, so eine gewisse Energieautarkie. Es wird auch in den Grundbedürfnissen eine gewisse Lebensmittelautarkie geben müssen. Nicht, dass wir abhängig sind von Futtermitteln aus Argentinien und noch dazu vielleicht gentechnisch verändertes Soja und anderes Zeug. Sondern, dass man in den Grundbedürfnissen autark ist. Haben Sie von Bloom Energy gehört? Also weil Sie gerade von Dezentralisierung sprechen, das ist also ein recht interessanter Startup, kommt mir vor. Die bauen also diese Energy Server, das sind relativ große Kästen, die aber doch 15 Haushalte oder so mit Strom versorgen können. Ich glaube, 100 Kilowattstunden Leistung geben die ab. Einmal ein Energy Server und wird betrieben mit Brennstoffzellen, die also mit beliebigen fossilen Brennstoffen, aber offenbar ist sehr... Ja, nein, das ist ganz sicher auch die Hoffnung für Japan. Die Japaner sind ja da technisch sehr weit bei den Brennstoffzellen und das ist dann die Möglichkeit, eben auch die Solarenergie zu speichern. Tagsüber Wasser elektrolisieren und den Wasserstoff dann über Brennstoffzellen wieder in Strom verwandeln. Und über Bloom Energy, haben Sie da schon mal was gehört? Nein, habe ich nichts gehört. Okay, ja, das scheint schon sehr ausgereift zu sein und Google... Ja, ja, das glaube ich schon. In seinen Servern... Nein, nein, das gibt es ja alles. Es gibt ja unzählige Leute. In Jahrzehnten gibt es ja blitzgescheite Leute, die sich mit relativ wenig Unterstützung diesen Themen gewidmet haben und die haben jede Menge gescheiter Lösungen. Und das ist für mich eigentlich das Interessante, dass eine gewisse Autonomie da ist und eben nicht eine wachsende Abhängigkeit von Konzernen, die ja dann halt auch wiederum Gewalt ausüben, Macht ausüben, die für die Demokratie und für vieles andere auch nicht gut ist. Vielleicht nebenbei ganz nett auch noch so ein schöner alter Spruch. Also ich kenne da zwei Sprüche zur Solarenergie. Einer, der ist auch aus den 70er Jahren von Ralf Nader oder Nader, wie die Amerikaner sagen, der war auch einmal Präsidentschaftskandidat, ein Verbraucheranwalt, ein ganz engagierter, der hat gesagt, der Grund, warum nicht auf jedem Dach schon eine Solaranlage ist, ist einfach der, dass die Sonne nicht Exxon gehört. Würde die Sonne Exxon gehören, dann wird man schon jedes Monat einen Scheck an die Firma schicken und den Strom von unserem Dach holen. Und der Alternativ-Nobelpreisträger José Lutzenberger hat einmal gesagt, die Technokraten lieben die Sonnenenergie nicht, weil sie es ihnen nicht erlaubt, kommende Generationen zu bestehlen. Die Sonne ist tendenziell gerecht und demokratisch, die scheint überall und man soll sie dort nutzen, wo sie hinscheint. Und das ist auch quasi die Vorgabe für ein Solarzeitalter, dass man nicht wie im Erdölzeitalter die gewaltigen Zentralisierungen hat mit Städteballungen und Industrieballungen und wahnwitzigen Verkehrssystemen, sondern dass man eine kleinräumige Struktur langsam wieder aufbaut, was schwierig sein wird, aber notwendig. Und dass man wiederum so kleine, wie soll man sagen, Zellen, Keimzellen der Nachhaltigkeit aufbaut, die eine regionale, gesunde Landwirtschaft haben, Gartenwirtschaft sehr oft, weil die eine hohe Flächenproduktivität hat und eine weitgehende Energieautonomie. Also Dezentralisierung. Und da gibt es ja auch unglaublich viele, also Sie haben ein paar Beispiele genannt, Blumenergy wäre ein Beispiel, und es gibt tausende Beispiele von großartigen, innovativen Ideen, die also ökonomisch und ökologisch viel mehr Sinn machen als die Atomenergie. Nochmal die rhetorische Frage, warum ist man dann auf diese Technologie eingestiegen? Ging es da nur ums Geld? Naja, es geht um Macht, Prestige, Geld, Vorrangstellungen. Nicht, man muss sich eines sagen. Begonnen hat ja auch die zivile Atomwirtschaft ja in Frankreich, England, weil da war eben auch die Verquickung mit dem Militärischen. Dort hat man das am raschesten umsetzen können. Die Japaner sind ja da eben auch ganz arm, meiner Meinung nach, betrogen worden. Und dann hat man eingeredet, ja, also ihr habt den Fluch der Atomkraft erlitten, und jetzt solltet ihr auch zu den ersten gehören oder zu denen gehören, die am meisten vom Segen der friedlichen Atomenergie profitieren. Und das haben sie sich offenbar einreden lassen. Und es geht da um gewaltigen Lobbyismus. Man muss sich ja vorstellen, also wenn was da für Geld die Hände wechselt bei solchen Projekten. Und dann muss man ja sagen, wenn einmal eine Atomwirtschaft aufgebaut ist, also wenn es einmal die Industrie gibt, die diese Dampfkesseln bauen kann, die Ventile bauen kann, diese hochkomplexen Brennelemente, Steuerungssysteme und all das, das entfaltet eine Eigendynamik. Das ist ja nicht so, dass man sagt, nur kauft uns eins ab, wenn es wollt, wenn nicht, dann lasst es halt bleiben. Mir hat das ein Kollege einmal sehr plastisch auch erzählt. Er war auf einer internationalen Konferenz und da waren die Betreiberleute so richtig in Bunkerstimmung. In Frankreich gibt es eine Riesenatomindustrie, klarerweise. Die können aber von den Aufträgen, die sie von den eigenen Atomkraftwerken kriegen, nicht leben. Die Ersatzteile, dort ein neuer Pumpen, da ein neues Ventil, von denen können sie nicht leben. Die wollen Druckkesseln bauen, die haben die Fertigungseinrichtungen dafür. Also das kann nur funktionieren und kann nur dann ökonomisch sein, wenn das in Serie produziert wird. Wenn das in Stocken kommt, das ist so ähnlich wie, was ich, die Firma Steyr seinerzeit oder heute, ich weiß nicht, wie es heute ausschaut, aber eben nicht von den Aufträgen leben konnte für das eigene Bundesheer, sondern die hat halt Panzer und allerhand Schnellfeiergewehre und sonstiges Zeug exportieren müssen, weil sonst wäre es zusammengebrochen. Die kann von den Aufträgen nicht leben. Und genauso wenig können die Atomindustrien von den Ersatzstellen leben. Die müssen ein ganz aggressives Marketing machen und müssen, und dann geht es eben auch so, bevor sie auf Halde produzieren, machen sie Lockangebote und sagen dann, ja, also schlüsselfertig liefern wir ein Kraftwerk zu dem und dem Konditionen. Und das können sie sich leisten, weil sie staatlich subventioniert sind. Eingehen dürfen sie nicht, weil man die Ersatzteile für die eigene Industrie braucht. Also sie sind in einem Orgen-Dilemma. Aber selbst wenn diese atomindustriellen Betriebe positiv bilanzieren, unterm Strich, wenn man alle Kosten anschaut, geht die Rechnung offenbar immer ins Negative. Ja, freilich. Also sie sehen, es ist kein Gewinn, es ist volkswirtschaftlicher Verlust mit Sicherheit. Ziemlich ein Wahnsinn eigentlich, wenn ich mir das so anhöre. Ja, abschließend jetzt irgendwie die Frage. Glauben Sie, dass der Schrittmacher Österreich da erfolgreicher sein wird in den nächsten Jahren mit seiner Bemühung, sich da die Idee der Atomfreiheit durchzusetzen? Naja, jetzt kommt eine Antwort eines Ökologen. Die Ökologie, so sagt man auch, ist die Wissenschaft von den kleinen Ursachen und den großen Wirkungen. Und wir wissen auch, dass nichts ohne Wirkung ist. Also auch unser heutiges Gespräch ist mit Sicherheit nicht ohne Wirkung. Und da wird der eine, die andere zuhören und vielleicht das eine oder andere Aha-Erlebnis haben. Und eben auch die Tätigkeiten, die von Österreich ausgehen in die Völkergemeinschaft, die werden zwar nicht spektakulär sein, aber mit Sicherheit auch nicht wirkungslos. Und daher meine ich eben, und das ist einer meiner Maximen für meine Tätigkeit, wir haben keine Erfolgsgarantie. Aber wenn wir nichts tun, ist die Misserfolgsgarantie perfekt. Das heißt, wir dürfen keine Mühe scheuen, auch die kleinen Schritte, die wir tun können, zu gehen in der Überzeugung, dass sie auch Wirkung haben. Und wir haben mit Sicherheit Wirkung. Wie bald es eine erkennbare, dramatische Wirkung sein wird, wissen wir nicht. Aber davon dürfen wir unser Handeln nicht abhängig machen.